Zum einen fahre ich die Fahrgeschwindigkeit mit Tippen, also nicht feststellender Hebel, sondern mit Tippen, aber es ist ein anderes Tippen als bei Fendt oder Krone. Ein Tipp ist eine vorgegebene Geschwindigkeit, die man erhöht. Man hat 0,5 kmh eingestellt, dann ist ein Tipp 0,5 kmh. Bei diesem Hebel ist das nicht so. Bei diesem Hebel ist es so, du kannst ein ganz bisschen nach vorne machen, dann wirst du ein ganz bisschen schneller. Je mehr du nach vorne machst, desto schneller wirst du, desto höher ist die Beschleunigung.